Hallo und herzlich willkommen zum Advances Friday. Ich spiele heute wieder das Spiel Heroes of the Storm und spiele Schnellsuche. Ich spiele heute mit Gatslobe. 100 Sekunden? 97. Dann schauen wir uns mal die Talentfähigkeiten an, die er hat. Mehr Wumms erhöht den Schaden von, ach das waren die Granaten glaube ich auf den Boden werfen. Erhöht. Das benutze ich so nie. Die D-Taste ist vielleicht wichtig, aber ne, brauche ich nicht. Oder erhöht die Lebensregulation, das ist vielleicht ganz gut. Ich könnte sagen, ich nehme die als erstes. Die Fähigkeiten sind Geschütztürme, T0, Deslands, 3R. Ich gehe auf Geschütztürme. Also setze ich bei mir jetzt mal mehr Ding ins Reihen Ich gehe bei mir erstmal auf die Sleams Regeneration. Danach war das Andrea mit Geschütztürmen. Ich glaube danach kam auch nur was mit Geschütztürmen. Und als Hauptfähigkeit entweder Gravitation war das oder was anderes. Ich glaube, dass ich mehr Scham mache. Ich glaube da gehe ich auf Gravitation. So, 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 so. Da, da möchte ich, dass ich mal den kriegen. Regenerieren. Ich bin bereit die Show in Gang zu bringen. Na klar, da mache ich mit. Ein, zwei Fernkämpfer unten. Ein Fernkämpfer. Dann gehe ich mit. Wenn der eine noch offen ist. Wenn der RFK ist. Vier, drei, zwei, eins. Lass den Kampf beginnen. Oder es ist ein Bot. So Geschütztürme. Da ein. Da ein. Da ist es. Warum sind sie jetzt hier eigentlich? Drei Leute? Tja. Ich stehe total auf Heilung! Schau. Hey. Das Ding ist schwer. Getriebe! Wenn ich Sie aus dem Schlossшubsfest. Ich hatte das Ding so klein. Ich hab' diese Schühe, ich hab' diese Schühe, ich hab' diesen Vorbesten extrem gelegt. Aber wenn ich sie in den Schmissbuch muss, dann wird das Ding loswerden. Das Ding ist gut. Die Gäste dachten, die Gäste zum Schrauber haben. wo ein masche aufladen und los halten oben sind wir ganz gut unten sind wir ganz scheiße also Sollt ihr sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier, Schuss umgreift mehrere Gegner an, das ist gut. Hier sieht man nicht ganz so schön aus. Jetzt gehen die auf der mittleren Lane, dann gehe ich jetzt alleine nach oben. Okay. Das Ding ist schwer. Es sind hier um vier Stück. Das Ding ist schwer. Das Ding ist schwer. Das Ding ist schwer. Das war aber brutal. Doppelkehr. Ganz großes Kino. Ihr scheint ein Vorfall, Jurek zu haben. Hey, wir haben's geschafft! Travitation! Ich bin eurer lächerlichen Streiterein überdressig. Zollt mir Tribut und erregt deine Gott. Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ich bin sicher! Jaaa! Ha! Hm, gut geschützt! Hab Spaß gemacht! ich würde sagen das sah ganz gut aus bislang jetzt so ein anfang war ein bisschen doof ich bin gelaufen aber jetzt lutscht es so was mache ich denn hier ein dingensetzen in den türmischen benutzen wir mal die da muss man jetzt mal ganz schnell hin haben wir es umgeschafft? Nein! Mist! Wir sind sonst gestorben haben wir einen also sind wir jetzt ohne verteidigung für eine Minute das ist jetzt ganz übel 50 sekunden euer Fuhl wurde zerstört ich hoffe für euch dass ihr das beste da da jetzt war das etwa eure festung der gegner greift eure zitadelle an vor eingeressen wird angegriffen ich verstehe kein uns so ist es sieht gut nein was war ich denn da ach die bei der die 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 Soll Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig Sollt mir Tribut und herrenkt meine Gunst Ja, das haben wir verloren Ach, schade Ich bin mal gespannt, wer das schlechteste Spiel der von uns war Stimmt nicht wieder Boah Naja, okay Ah, okay Zuerst wollte ich ja WoW spielen Den neuen Charakter, den es da gibt Da hab ich mir gedacht Ach, das zeigen bestimmt schon so viele Leute Da muss ich das nicht auch noch zeigen Und hab mir gedacht, dann bleibe ich bei Headstone Headstone, Heroes of the Storm Und wird das mal spielen Ich war halt der Beste aus unserer Gruppe Boah, das kann doch nicht wahr sein Naja, egal Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao